Achtung, Achtung, 2014, wieder 19.30 Uhr, flutlicht, falls die sowas haben werden, die müssen die Kerzen aufstellen, reiten die alle, weil es da keine Parkplätze gibt, zum SC Wiedenbrück und knallen unsere Gäule an deren Koppelfest, damit wir auch alle schön lecker anwesend sein können, weil zum Laufen, die sind halt zu weit, gell, So, und für alle, die das nicht schaffen, weil wegen Arbeit oder gerade im Urlaub weg, www.radio-rw.de www.radio.de